Also, die sind teilweise echt herrlich. Und, äh, wie gesagt, bei Sims ist es ja so irgendwie, dass, äh, du ja die Hochzeit da geplant hast, mehr oder weniger, zwischen euch beiden. Mhm. Und, also wie gesagt, ihr könnt mal gerne drauf schauen, falls ihr euch interessiert und sie nicht kennt. Ich glaube aber nicht, ihr kennt bestimmt die Tyrophin, so. Hallo. Genau. Oh Gott, schau mal. Ich mach Werbung für den Let's Player, der über 11.000 Abonnenten hat. Ich find's herrlich. Ähm, oder wir sind's in der Zwischenzeit sogar 12.000. Nee. Ah, hier ist überall Lava. Ach echt. Jedenfalls, äh, was war gewesen, du warst Werwolf, war Patrick? Nee, Patrick ist Vampir. Nee, ich bin Vampir. Vampir, Vampir war es gewesen. Genau das, was du mal gehasst hast. Zumindest bei Skyrim. Genau. Bei Skyrim. Skyrim, genau. Hast du auch mein Skyrim-Part gesehen, deswegen. Ja. Den hab ich auch gesehen. Wohin? Das hat mir aber verdammt schwer. Ihr mir nach. Du weißt überhaupt nicht, wo du hingehst, gibst du? Doch. Doch. Jedenfalls auf dieses, auf dieses Ask.fm zurückzukommen, ähm, da war es, wie gesagt, auch so oft geschrieben bezüglich euren Beziehungen da in, in Sims. Moment, hier ist Gold, hier ist Gold. Ja, red ruhig weiter Tobi, er, er, er braucht nach. Oh Gott, das war, das ist die Fledermaus. Nein, das ist aber. Ja, und ne Fledermaus kam rauf. Alter. Ich hab mich vor der Fledermaus erschreckt. Wie sich Leute vor Fledermäuse erschrecken können. Ja, die ist echt gruselig, die kam mitten irgendwo raus. Ja, red ruhig weiter, wir chillen hier. Ja, ich hab Zombies. Ja, wenn jetzt ein Zombie kommt, Kathi, bin ich am Arsch. Im Endeffekt wollte ich einfach nicht bloß sagen, wie würdest du jetzt das... Kathi, ich kann gleich, ich... Ich hab einen Eimer, ich kann ihn mit Wasser füllen, warte. Oh cool. Wo hast du einen Eimer her? Aus der Kiste. Wie kann ich den mit Wasser füllen? Rechte Moist, hast du drüben. Oh, ich hab nicht. Das geht nicht. Du musst nicht vor Fliesenwaffen, du musst vor Stehendem Wasser sein. Oh, wo steht denn Wasser? Hinter dir, hinter dir. Was ist denn hinter mir? Hä? Aber hier fließt ja alles Wasser. Das ist doch doof. Nein, da gibt's ja auch Quellen. Da oben. Da kannst du. In der Quelle. Da. Achso. Wäh. Jetzt hab ich dich in Großaufnahme gesehen. Da. Ah. Wo kommt die denn hierher? Weiß ich nicht. Zitat. Jetzt hab ich dich in Großaufnahme gesehen. Das merk ich mir. So, ich hab jetzt Wasser abgeschöpft und jetzt sind wir gerettet, falls du in die Lava fällst. Okay. Langsam können wir aber echt hoch, weil meine... Ja, ich... Du baust hier die ganze Zeit noch weiter ab, ne? Ja, aber ich kann halt nicht liegen lassen. Ich bin so ein richtiger Messi. Ich weiß. Da ist... Ich hör den... Den Dingens wieder. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hör nur Zombies. Mit Brains. End. Ach ne, doch nicht. Okay. Ich will den Enderman sehen. Wie lang? Hier, hier, hier. Ich will echt den Enderman sehen. Dann lass sie doch einfach mal kurz den Enderman sehen. Lass ihn anschauen und dann... Ach ne, warte. Hier ist der Sackgasse. Viel Spaß dabei. Dann hilf sie aber auch nicht. Oh. Deswegen, du. Hast du planen, wo wir hier lang gehen? Hier müssen wir lang. Guck mal, einen provisorischen Weg, den ich hier errichtet habe. Und hier ist noch irgendwas. Was ist denn das? Diamanten! Mann, bin ich gut. Okay, du musst mich ein bisschen beschützen. Falls wieder Gegner kommen oder... Das ist diese typische Rolle, ne? Seitdem ich mit Patrick in irgendeiner Weise irgendwelche Spiele spiele, immer muss ich ihn beschützen. Er hat mich noch nie beschützt. Noch nie in seinem fucking Leben. Noch nie. Noch nie. Ich will dich zur Selbstständigkeit erzielen. Wie männlich. Ja. Soll ich hier... Ne, wenn ich jetzt hier das ausmache, dann habe ich kein Wasser mehr. Ja, jetzt kommt gleich die Lava dir gegenüber, ne? Nochmal und jetzt kommt so. Sag ich doch. Tobi. Wo langs? Neiße. Boch? Hast du noch Fackeln? Ich habe Fackeln, ja. Ach, warte, ich kann mir auch selber welche herstellen. Ich dachte, du hast mich gerade angesprochen. Nein. Ich... Ich... Wenn ich Dovi sage, meine ich immer Potenzial-Patrick. Dovi. Er hat aber Tobi verstanden. Achso. Das war mein Problem. Vielleicht habe ich auch Dovi verstanden und habe mich trotzdem angesprochen gefühlt. Ich spreche so von der Bund, neulich. So, du nichtsnutziges Krabbenvieh. Kannst du mal... Geh jetzt auf. Jetzt meint sie mich scheinbar. Konnte man nicht in Minecraft schubsen? Ja, irgendwie ging das mal, aber das geht jetzt nicht mehr. Ich habe immer Leute auch gerne irgendwo runtergeschubst. Ja. Vielleicht deswegen ja. Weil ich werde auch in die Lava schubsen. Vielleicht wurde es ja deswegen rausgenommen. Nur wegen uns, weil wir schubsen. Oh, da hinten ist voll der Lavasee. Oh, und hier ist ein Zombie. Wo? Irgendwo. Ich habe ihn auch gehört, aber... Wahrscheinlich über uns wieder. Schlingel zeigt sich nicht. Aber pass bitte mit der Lava auf. Pass bitte mit der Lava auf, dann fällst du da rein. Hier ist Eisen. Und das nicht zumachen kannst du? Baut das Eisen schnell ab. Regel eins ist eigentlich nie unter sich selbst abbauen, aber die breche ich heute... Mehr ist genug, ich weiß. Regelmäßig. Ich habe es auch schon öfters gebrochen, die Regel. Manchmal auch mit dementsprechenden Folgen. So, ich dachte, ihr wolltet mal hochkommen, oder wart ihr schon oben? Ja, nee, irgendwie finden wir nicht. Planänderung. Wir wollen das Gold da hinten noch. Plan C. Vorsicht. Da. Ist er. Kommt er? Ja. Er hat eine Schaufel. Komm her, komm her, komm her. Ein Zombie oder was? Ich schubze ihn doch nicht in die Lava, der Arme. Okay, wollen wir rüberrennen? Ja. Okay. Man muss rennen. Wieso muss man rennen? Keine Ahnung, habe ich nur gemacht, falls Gegner kommen. Ich sehe nichts. Du bist im Weg. Dein Holzkopf. Okay, warte, ich gehe ein Stück zurück. Das ist ein Krabbenkopf. So. Hier ist noch Eisen. What the fuck? Und hier sind irgendwo Zombies. Ist der Josh eigentlich noch auf dem Server? Ja. Oh, der ist immer noch auf dem Server. Ah, der ist mega ruhig heute. Ja. Sonst bin ich von mir schon was anderes drin. Oh, aber hier ist Redstone. Hier ist Lava. Hier ist Redstone. Und hier ist Gold. Wo bist du? Hier ist auch Gold. Und hier bin ich. Joey, du sollst jetzt echt hier unten mit drin sein. Hier ist einfach viel zu geil hier unten. Ich glaube, ich kriege dann auch schon gleich die Kommentare mit, wie der gesagt wird. Ich weiß nicht, wo ich da sein soll. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach da. Was ist denn da? Ich bin da runtergesprungen, weil da ist ein Sklepp. Pass auf mich, dass der dich in die Lava schubst, nämlich. Ha, jetzt schubse ich dich in die Lava, du Spassi. Ne, weil ich hatte mega Panik, dass der mich in die Lava schubsen will. Du siehst irgendwie so ein bisschen Aua aus. Eiei. Pfeil. Pfeil, Pfeile hast du. Pfeil im Knie. Ne, im Arsch. Da ist übrigens auch noch Redstone und da war auch noch ein bisschen Gold. Ja, Gold sammle ich jetzt hier ein. Bloß in der anderen Richtung ist auch noch Gold. 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 Ich will nicht, dass das Gold darunter fällt in die Lava. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier sind, aber okay. Aus dem Gold können wir uns irgendwie so einen Thron... Tobi, notfalls musst du uns einfach teleporten. Nein. Weil wir nicht wissen, wo wir sind. Patrick wollte es nicht, deswegen wird es auch nicht mehr. Aber, aber, aber ich bin... Aber nichts da, aber nichts da. Ich bin neu. Ich bin neu. Hier ist noch Gold, Patrick. Aber ich höre eine Schledermaus schreien. Ich bin neu. Ich darf so was, solche Anforderungen stellen, dass ich geportet werden möchte. Oh fuck, warum? Oh, Megalag. Ich habe da was gefunden, das ist bläulich. Warte, warte, ich kann gerade nicht, das ist Lapis. Okay. Jetzt ist... Patrick sagt, der Don't Megalag. Hast du das auch eigentlich, Tyler? Ne, das liegt, glaube ich, an mir. Ihr könntest mir vorstellen. Deswegen. Mein Server ist einfach nur toll. Awesome. Das wird wirklich nichts, das den Megalag hat. Komm her, komm her. Mess dich mit mir. Aber ich weiß ganz genau, wie die Kommentare kommen werden. Warum baust du ja in dem Haus drum, wenn die ganze Zeit hier Echsen draußen ist? Naja, aber gut, draußen ist ja relativ. Wir sind ja unter der Erde und mit Zombies überseht. Hier ist Gold, ne? Habe ich schon mal erwähnt? Ey, wir haben so viel Gold, Cati. Das ist... Ich will mehr Gold. Das sind diese YouTube-Partner, wisst ihr? Da bekommst du immer Geld, beziehungsweise Gold und dann sagst du... Oh, ich will nochmal noch mehr. Mehr! Mehr! Wolltest du nicht auch YouTube-Partner werden? Ich habe da sowas gehört. Okay, ich habe jetzt alle Zornig abgeschnetzelt. Mir ist ja zu langweilig. Warum bist du immer noch nicht da? Ja, weil ich hinter dir alles abbaue. Achso, na, dann ist es okay. Dann ist es genemigt. Oh, Lab ist... Das können wir auch mitnehmen. Dann können wir uns irgendwie schöne Sachen draus bauen. Ja, da könnte noch mehr machen, eigentlich. Lab ist das momentan noch ein bisschen wenig, was man daraus machen kann. Das ist mein Geschmack. Das ist eigentlich auch nur Deko, ne? Oder? Kann man da irgendwas Sinnvolles mitmachen? Dunkle blaue Blöcke und hellblaue Blöcke. Oh, ich will dunkelblaue Blöcke haben. Ich will einen hellblauen. Nee, dunkelblaue Blöcke haben wir raus. Ihr könnt aber unterschiedlich dunkelblaue Blöcke machen. Nein, das geht nicht. Wieso bist du eigentlich vom Misa weg? Das hat was mit dem Shader zu tun momentan noch. Okay. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen hier auf Oldschool damit machen will. Aber ich finde den Shader nicht so porneus irgendwie bisher. Nee, ich wollte eigentlich heute gucken, ob der schon ein Update hat. Weil, wie gesagt, der sieht noch richtig geil aus, wenn das Wasser noch besser ist. Und, wie gesagt, nicht die Probleme im Tunnel ist und das alles. Dann sieht er richtig cool aus. Aber momentan bin ich auch ein bisschen noch enttäuscht. Kathi, wie sieht es aus mit dem Gold? War jetzt hier in der Richtung noch weiter Gold? Weil du bist jetzt gerade schon zurückgegangen. Mhm. Okay, irgendwas Interessantes noch, oder? Mhm, nö. Diamanten? Nö. Sie erkennt ja Diamanten nicht von Holz. Was erkenne ich nicht? Du kannst Diamanten nicht von Holz unterscheiden. Von Holz? Ja. So. Das wäre gut möglich dann. Wollen wir dann noch tiefer rein? Nein, ich will jetzt weg. Nach oben wieder? Ich glaube schon. Okay. Dann müssen wir hier runterspringen. Boah. Autsch. Oh, das ist ein Zombie. Das ist ein Typ, der Pfeile lacht. Skelett? Ja. Der unter Bulimie leidet, meinst du? Komm schon. Du musst erst mal was essen. Stirb. Er ist tot. Ich will den Knochen, ich will den Knochen, ich will den Knochen. Ja, mit den Knochen kannst du nachher Hunde vielleicht dann dir gönnen. Oh, Zombie. Wo bist du? Du bist in die falsche Richtung gegangen. Ja, ich hab doch gesagt, da ist nur noch ein Sklett. Wie willst du hier wieder zurückkommen? Glauben? Du bist eine Trantüte? Anstatt jetzt hier einfach zwei Blöcke hinzusetzen. Wie willst du da denn wieder zurückkommen? Guck mal. Ja, weil du willst immer hier das so spannend machen. Ich will die Diamanten nach Hause bringen. Wie viel hast du denn jetzt in der Zwischenzeit eigentlich? Zwei nur. Reicht für ein Schwert. Ja. Welches Level seid ihr in der Zwischenzeit? 19. 15. Ja, siehst du, ist doch ein bisschen was. Boah, durch Kohlabbauern. Mein höchstes Level schon in Minecraft erreicht. Das ist ja cool. Hey. Jetzt bauen wir hier doch noch weiter ab. Ich guck nur, hab ich nicht. Ich guck nur hier durch. Reichenholz brauch ich jetzt. Ist wieder gewachsen. Autsch. Gott, wie ist denn der Klingel gerade abgegangen? Ist über dir Gold? Nö, Eisen, egal. Auch mitnehmen. Hier ist noch Redstone. Alles muss weg. Alles muss raus. Und hier ist eine Grotte. Eine Lavagrotte. So. So. So, ich werd mal... Ich brauch Holz. Du baust deine Hütte gerade weiter, Tobi, oder? Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mal vorbei... Ich weiß ja nicht, welchen Part, wie gesagt... Oder wann du die ausstrahlen willst, ob du nur ein Part machen willst. Oder ich denk mal, du willst geteilt machen, bestimmt. Ja, ich teil die. Einen Fünf-Stunden-Part. Also, ihr könnt's ruhig, ruhig zeigen. Wird nicht so schlimm sein. Ja, dann lass uns doch da vorbeischauen. Ja, erst mal wieder rauskommen. Genau. Wir denn hier raus? Hier oben geht's auch noch weiter sogar. Okay, warte, also wir... Boah, fick die Hände, Vorsicht! Ach so. Er ist irgendwie sehr, sehr, sehr schreckhaft. Kann das sein? Ja, aber ich hab Diamant. Ja. Ich bin doch von Ultra-Hardcore irgendwie so richtig in so einem Flash, sobald irgendwas passiert. Ich weiß auch nicht, warum. Aber wenigstens hast du einen töten können, Part. Wenigstens hast du einen töten können. Ja. Echt mal. Da war ich auch sehr stolz auf dich. Und dann auch noch so ein Pro-Gamer wie Spice. Und der Awesome-Dude hat dich schon getötet. Ja, der hatte auch sogar noch sechs Herzen, glaub ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Wo bist du? Aber ich hab's auch ein bisschen doof gemacht, weil ich hab erst die Spinne angegriffen. Ich hätte hoffen sollen, dass die Spinne vielleicht auf ihn geht. Wo bist du? Wo bist du? Du bist gerade an mir vorbeigerannt. Was machst du? Ich kam nicht umher, die Kohle mitzunehmen. Ach so. Kohle hab ich jetzt aber auch noch. Warte. 54. So, Kathi, wo war denn jetzt unser Weg? Hier wahrscheinlich, ne? Den hab ich auch jetzt mal gesucht. Hier? Kann ich keine Holz mehr aufsammeln? Hier links, oder? Hier lang? Wo links? Schau mal hier. Nee. Guck mal, da kommen wir ja dann genau dahin, wo wir eben waren. Nur in der Etage tiefer, oder? Oder? Patrick? Äh. Man weiß es nicht. Ja, hier, ich glaub hier. Oder? Moment. Tobi! Ja? Ja, doch, ich glaub, das ist... Ja, hier, guck mal. Hier sind wir richtig. Okay, da muss man's doch nicht porten. Ah ja, hier sind meine gebildet. Wenn wir da nicht die Leute sehen, die rufen dann wieder ganz laut, Cheetah, Cheetah. Also das ist... Die sind ja knallhart. Also da seh ich gleich wieder, wie 50 Leute mich gleich deabonnieren. Also insofern... Ich weiß, bei euch ist das nix. Ihr habt 50 Leute innerhalb von zwei Stunden wieder drin, aber bei mir ist das schon was. Schön wär's. Wie komm ich denn jetzt da runter? Ähm, rechts lang musst du. Warte, du bist auf der falschen Seite gerade, glaub ich. Ja, du musst auf die andere Seite rüber. Und dann dahinter der Wand... Ach, ich hab den Weg selbst gebaut. Warum... Genau da lang. So würde ich mich... Ich verirre mich auf meinem eigenen Weg. Aber die hässlichen Treppen hab ich hier nicht gebaut. Ja, ich musste da irgendwie hochkommen, wenn du einfach nur so einen Kackturm unter dich setzt. Wie soll ich denn da hinterher kommen? Kann er doch nicht hochklettern dran. Oh, da ist der Creeper, der da verwurrt. Vorhin dachte, das ist Tobi. Hallo, Creeper. Er explodiert. Ich nehm sie immer noch persönlich. Hä, guck mal, der hat nur einen Stein weggesprengt. Was ist das denn für eine Lusche? Ist der im Wasser gewesen, oder was? Nee. Ja. Was ne Pussy, ey. Yay, der Weg nach oben. Und das ist sogar hell. Kannst du bitte hier nochmal Treppen hinbauen? Nein. Das Springen wird herrlich, ja. Vor allem verhungert ihr zwischendurch fast dann dadurch. Ich krieg nen Krampf. Ich überhol dich gleich. Klappe. Der Daumen der Gerechtigkeit beim Drücken. Jetzt hab ich dich gleich, jetzt hab ich dich gleich. Haha. Oh Gott. Oh, wie vieles? Hast du nicht gesagt, es ist hell? Ja, das ist doch okay. Ja, ihr habt in der Zwischenzeit so lange gebraucht, bis es schon wieder dunkel wurde. Und jetzt ist es schon wieder hell geworden. Spinnen. Über uns. Alles. Wartet mal ganz kurz, dann werden die gleiche... Hinter, 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 hinter. Vielleicht sind die nicht mehr angeschaut. Über die, über die, über die. Das ist ein Enderman. Uh, Enderman. Jetzt guck, lass sie doch mal anschauen. Nein. Die ganzen schönen Sachen. Lass sie ruhig mal anschauen. Jetzt ist es eh Sonne. Jetzt greift der. Das ändert man am Tag hier oben gewesen. Sind die nicht auch nachtaktiv? Ne, die sind schon tags, können sie ruhig sein, aber in dem Moment, wo man sie einmal angreift, am Tag verschwinden sie dann sofort. Achso, okay. Cool. Sie können tagsruhig rumläufen. Ein schönes Haus, endlich wieder da. Oh, es hat sich vergrößert schön. So, dann kommt das jetzt da rein. Oh, du hast das ja schon wieder so hässlich gemacht, Patrick. Ja, Moment mal. Das sieht ja schrecklich aus. Was denn genau? Meine Kiste, sie sieht so unordentlich aus. So, ja, ich hab dir erstmal alles reingewichst, was ich noch hatte. Mhm, danke. Danke, danke, danke. Ich sag dazu nix. Ja. Warum hat man mich erst neulich gefragt, wegen dem YouPorn-Channel? Aber na gut, es ist okay. Wir wurden das auch schon öfter gefragt, jedenfalls Patrick. Weil man es bei uns schon weiß. Es ist nichts Neues.